Hallo Leute, Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir mal wieder als Criminale unterwegs. Mit dabei ist der liebe Astro Bro. Moin Moin. So Leute, wir sind jetzt beim Dealer angekommen. Ich will filmen ja gerade meine Waffe, kaufe nur noch eine Sniper dazu und kann mein wunderschönes eine Gold verkaufen. Bro. 181k, ist gut. Sniper ist gut. Ah, perfekt. Ich habe 403k. Ach du, du Spaß. Bin aber auch fast down vom Verkehrsflug. Ja, bin ich. Bin low. Digga, der ist li- Ja, komm, Alter. 3 Dears, chillig. Ah, Zibi. Zibi. Mann, wie? Einmal gesniped. Ich bin down. Und ich bin leer. Das bedeutet... Ich habe noch kein einziges Mal mit meiner Karabiner geschossen. Bäh. Ich weiß nicht warum, aber ich nehme immer automatische Sniper. Wo ist denn der Zibi? Eine Ahnung. Also, ich würde sagen, nicht von, äh, rejoin. Weiter, äh, draußen. Ähm. Zibi! Alter. Nein! Ich konnte nicht mit der Sniper... Nein, ich konnte es nicht... Bist du wieder down? Ja, ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte mich nicht bewegen. Brr, jetzt hatte ich gehealt und hier ist Black, der mich arresten wird. Scheiße. Es ist einfach nur Scheiße. Ich lebe, ich lebe, genau. Ich werde arrested. Scheiße, Digga. Scheiße. Fuck, Digga. Nein. Och, ah, ah. Digga, ich schwöre. Digga, wie? Okami. Ja, genau. Ja, genau. Bitte, Okami, Kaylin, bitte, bitte. Ah, juck, ein G-Snipe. Yes. Nein, Anna! Nein! Nein! Ich werde auf jeden Fall gerade nicht gehealt, das ist besser. Brr, Karten. Bro. Wenn mich jetzt einer healt, am besten Okami, dann fahre ich sofort zum Gefängnis mit einem Auto, das ich nicht habe, dann renne ich zum Gefängnis. Ich habe noch sechs Energydrinks. Und dann hoffen wir einfach, dass du nicht arrested wirst. Hey, Summer. Summer. Ich lege hier dauernd im Juwelier. Und das juckt einfach keinen Menschen auf dieser Welt. Oh, ich werde so viel Spaß heute beim Karten haben. Nur mal so zu empfangen. Okay. Alles hier. Was hast du gegessen? Hä? Was hast du gegessen? Essen halt. Hm. Ich werde aber keinen Spaß mit dem Karten haben. Nee. Endlich. Die letzte Rettung. Noch eine Minute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Noch 50 Sekunden. Oh, der andere Okami. Nein, Herr Stone. Lief schnell, Okami. Was machst du, Okami? Brr. Und ich werde zum Frozen gefahren. Ich habe noch 26 Sekunden. Wenn jetzt kein Wunder passiert... Alter, komm! Okami! Komm jetzt! Mom! Wieder! Wie lange? 9 Sekunden. 5, 4, 3, Ball, 1. Jupp, ich bin down. Ich habe minus 3000 bekommen. Ich habe nichts, keinen einzigen Euro plus gemacht. Und jetzt darf ich mir neue Waffen kaufen. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr 40.000 minus gemacht. Perfekt. Ich fahre mal schnell zum Frozen. Schnell. Ich schneide keine Waffen. So schnell wie ich es jetzt zum Frozen, weil es sitzt ja neben dem Auri. Woi, 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 woi. Ich habe immer noch 3 Sterne. Ah, perfekt. Ah, das schaffst du nicht. Ich bin jetzt im Tunnel. Junge, verpisst euch! Ich gebe mein Bestes, ja. Ich vergesse jetzt einfach sämtliche Verkehrsregeln, die ich jemals gelernt habe. Bitte, bitte, komm einfach nur zum Frozen. Er fährt gerade. Ja, das ist Frozen, er halt. Ich bin jetzt... Ich bin auch Frozen. Hä? Ach so, das bist du. Ich dachte, du hast Lambo. Nein. Ah, nee, du spaßt ja. Ey, shit. Versuch, den wegzulocken. Lauf weg, dann kann ich mich joinen. Lauf weg. Ganz weit weg. Hast du Energydrinks? Ja. Aber der folgt mir nicht, Digga. Steck jetzt aus. Aussteigen. Halt an und aussteigen. Fahr zurück zu ihm und dann steck aus. Jetzt aussteigen. Und weg. Komm, Junge, komm. Hä? Komm. Ah, perfekt. Da ist ein Nightbot. Komm. Hä? Komm. Komm, wie du dich traust. Hä? Komm. Okay, okay, okay. Der sollte bald weit genug weg sein. Meinst du, der ist weit genug? Nein, nein, warte. Ähm. Ich muss noch einmal kurz den ein bisschen weiter weglocken. Dann läuft das Ganze. Ja, jetzt rejoin, 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 schnell. Nein, die habe ich nicht geschafft. Bist du im Prison? Ähm. Ich werde rausgeholt. Perfekt. Nein, du solltest ihn gleich umfahren, wenn er mich rausgeholt hat. Sorry. Und jetzt. Nein, fahr, 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 mach. Ich kann nicht fahren, Digga. Nein. Oh, nein. Scheiße, bitte. Nein. Okay, aber... Junge, was ein ehrenloser Kleinen. Ah, kommst du mal her, wir machen Ende. Wo denn? Hier bei Magbots Porsche. Hä, du bist doch im Prison, dachte ich. Äh, ich habe mich reingekauft. Ah, Digga. Ach, was. So, das war es jetzt mit dem Video, oder wie? Ja, okay, Leute. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und schau doch hier beim AstroPro vorbei. Seinen Kanal verlinke ich in der Beschreibung. Soll ich das überhaupt? Nein. Okay, dann verlinke ich seinen Kanal doch nicht in die Beschreibung. Aber das war es dann. Und tschau, tschau.